Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Vio Legion PvP Allianz. E-Le-Shamane und ich bin höchst gespannt, weil ich nehme um eine Zeit auf, wo noch nicht so viele am Start, sondern ich habe als einzigster diesem Demon Hunter, oder was ist er denn eigentlich? Leeren Elf, sicherlich kein Demon Hunter, ne? Mönch, Mönch, der Mönch, den habe ich jetzt einzigartig zurück guten Tag gesagt, ne? Und er fing direkt an zu stöhnen und zu sabbern, insofern. Easy Game, Freunde, oder Easy Game. Wir wissen E-Le-Shamie, oder allgemein, Schamie bis jetzt eigentlich nur schöne BGs, ne? Bis jetzt, warte, was? 10 zu 8, okay, ja, schöne BGs. Wenn wir keine Chance haben, dann müssen wir halt ein Überzahlspiel. Mal sehen, ob das Ganze geht. Wir haben keinen Tanker, wir haben Grutz als Frosticker, wir haben Ning's Traps Cutie, insofern. Freunde, was soll passieren, oder? Ganz im Ernst, wollen wir direkt in den Zerg springen, kriegen die dann Leute rein? Also, so gern ich auch einfach nur Gewinne und schönes Gameplay habe, so gern habe ich einfach auch ausgeglichene Runden, das muss ich fairerweise dazu sagen. Holt ihr jetzt die Flagge, die anderen gehen zergen, oder? Ich meine, wenn wir uns jetzt so dumm splitten, wenn wir uns jetzt wirklich alle dermaßen bescheuert splitten, Freunde, dass wir dann von mir aus 6 zu 8 fighten die ganze Zeit, oder so, wäre das auch dumm. Möchtest du die Flagge nehmen, meine Schöne? Also, von mir aus, ja. Von mir aus, ich muss sie auch nicht nehmen, davon abgesehen, ich bin als Shami schnell und so, aber ich muss sie nicht nehmen. Doch, ihr wollt, ne? Ja gut, dann hier, schau, wiii, Digga, ne? Einmal Abflug. Wollen wir nicht außen lang? Klar, wollen wir außen lang, oder? Was soll immer das Tunnelgedöns hier? Let's go, Krieger am Start, Schorker am Start. Wir sind ehle, das heißt hier, wenn ich was sehe, Sturmmüter an, spontane Blitzschläge in die Phrase, oder? Und easy live, Freunde. Ob wir ein BG hinbekommen, ob die jetzt so zerzerkt werden, dass wir ein BG hinbekommen, wo ich keinen Schadenspunkt bekomme, dann tue ich so, als wäre das eine Challengefeuer, weißt du? Dann cutte ich das Video anders und schneide vorne weg, weh, willkommen zum Challengevideo, boah, krass, Digga, ein paar Emojis fliegen durch den Raum, weißt du? Voll krass, noch irgendwie roter Kreis und Bibis Bauchnabel und dann 1, 2 Attacke, weißt du? Und dann hier heute BG, weißt du? 3 zu 0, du holst alle drei Flaggen und du darfst keinen einzigen Schadenspunkt bekommen, so, und dann zieh ich es einfach durch, weißt du? First try, alle feiern es mega ab und so, oh, 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 shit, alle feiern es mega ab, außer die Hordler, außer, Freunde, rettet mich, ihr müsst jetzt meine Challenge retten, Alter, ich raste aus, jetzt muss ich, jetzt will ich es auch haben, weißt du? Jetzt will ich es auch haben, oh, nee, oh, nee, nö, 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 komm, nein, ich bin gegen die Laterne gesprungen und verkackt. Und ich bin raus, ne, so schnell kann es gehen heutzutage, Freunde, ich kriege auch leider nichts ins Target hier gerade, sonst könnte man ja mal ein bisschen reinschmettern, hier, gucke, Andi-Kollegen, ne, auf Wiedersehen, du kriegst jetzt noch ein Gewitter hier, bam, in die Phrase und auf Wiedersehen, boom, Junge, so, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön gemacht, jawohl, aber auch wenn wir die ganze Zeit gelaufen wären, hätte der Dödel da trotzdem jetzt die Flagge geklaut, aber er kommt nicht weit, ne, gucke da, er kommt einfach nicht weit, weißt du? Erdschock noch auf den Nacken schön hier mit dem Restmailstrom und erster Punkt hier, erobert die Flagge, Digga, was ist los? Sehr schön, weiter mal, Action reicht, da kam sie von hinten an, Junge, ich konnte wirklich nur noch Sturmhüter ziehen, ne? So schnell kann es gehen, Freunde, ja, so viel zur Challenge auch, ne, so viel zur Challenge, wir müssen vor allem aufpassen, wir müssen, wir wissen, Hochmut kommt der bekanntlich Frotzschock, vor dem Frotzschock und vor dem Fall, das wenn die jetzt Leute reinbekommen, dass sie uns dann nicht jetzt random plattrömmeln, ne, also da müssen wir natürlich auch durchaus ein Auge drauf haben, so stellen wir noch ein Stunt-Tote mit hin, pass auf, nein, nein, hüpft doch jetzt nicht so schnell, ja, kam noch durch, sehr schön, Elementarschlag, Lava-Eruption, Blitzschlag und Erde, Junge, so, so sieht's aus, das ist nämlich schamanistisch hier, oder? Gut Job, ja, Grüße gehen raus an alle, Mönchi Maligos, mein lieber Freund, ich mag ja, wir haben letztens auch über Comedy ein bisschen gesprochen, ne, über René Marik und über Sascha Grammel und solche Konsorten, ich liebe auch diese Betonung von dem Frosch, ne, von, wie hieß er, Antennen, Horst, August, irgend so was, ne, das eine war ein Buch mit einer Eule vorne drauf und dann immer so, mein lieber Freund, ja, finde ich groß, ich finde das ganz wichtig, wie man mein lieber Freund betont, ja, weißt du, gibst dann auch, hey, mein lieber Freund, ne, aber auf einmal gräbt er deine Alte an, ne, dann guckst du nur anders an, dann, mein lieber Freund, weißt du, das ist ganz wichtig auch, wie man etwas betont, ja, das ist so, das ist einfach so, lasst euch das von jemandem sagen, der weder Sprach- noch Wortgewandt ist, ne, das ist wieder immer alles Bullshit, was der Papa hier erzählt, der Papa, ne, der Papa wird's schon richten, das lief in letzter Zeit, deswegen hab ich's jetzt wieder gesagt, ne, ach, es ist ganz traurig, ne, es ist ganz traurig, diese miesen Lieder, die plötzlich in der Spotify-Werbung angeht, was bist denn du jetzt für ein Schelm, hör mal, was bist denn, was bist denn du jetzt, aber nicht während meiner Schicht-Kollegin, ne, Paris, Athen, auf Wiedersehen, sagt man ja so schön, der ist wirklich in den Stun rein, oder was, der ist ja cool, der ist ja, das ist ja mein Freund, hör mal, das ist ja mein Freund, aber Problem ist, wenn jetzt, da unten sind sie, da muss ich nur hinkommen, da muss ich nur hier vorne hinkommen, ohne dass dieser miese Pisser jetzt aufmautet, oh, steht, pass auf, wir machen einen mega coolen Move, bam, spontane Lager-Eruption, noch Flammschock erneuern, so, pass auf, und jetzt, wuuu, du mieser Penner, Digga, auf Wiedersehen, wollen wir noch abfrühstücken, wollen wir ihn jetzt noch natzen, pass auf, wir natzen ihn jetzt, komm, das gönne ich uns jetzt einfach, pass auf, bam, Blitzschlag, bam, Blitzschlag, bam, Blitzschlag, bam und Erdschock, tschüss, auf Wiedersehen, nein, von der Schippe springen, ja, kam noch mal ran, Flammschock, so, der miese Schocken-Traden, ist ja so ein bisschen DK-Fegefeuer-mäßig, dass der Kollege dann noch mal ein bisschen hochprockt, das war das eben, hat ihn gesaved, da ist unser Dissi, Digga, sofort wieder Glaubenssprung, bester Mann, Kussi auf die Nussi für unseren lieben Heiler, Paddle, yo, oder, Paddle, yo, Digga, er ist am Sizzle, ja, Freunde, oder, da will der Schorke deffen, wisst ihr, der will, ich meine, das tut mir leid, jetzt das BG, okay, ja, aber, ihr wisst doch schon, wir haben auch selber schon so gespielt, und ich hab's trotzdem auch hochgeladen, also, ihr wisst, ich bin dann, wenn ich schon Arschloch bin, dann auch für alle, ihr wisst ja, so Serdar, so Mundschuh-mäßig, jede Minderheit hat auch ein Recht auf Diskriminierung, und darum auch, wenn wir die Minderheit sind, ja, dann mach ich uns ja genauso dumm, ne, hey, insofern, tut's mir jetzt leid für die Horde, aber wir können trotzdem ein bisschen Ehle gedöhnt sehen, oder, an sich, wisst ihr, ist halt scheiße, aber das ist halt so, ne, und meine PvP-Playlist, die über, übrigens für Legion mittlerweile über 250 PvP-Videos passt, muss man sich mal geben, ne, das ist ja, das ist ja einfach ein Querschnitt durch alles, und ich finde, da gehört sowas zu, ja, ich finde, da gehört sowas zu, ich erinnere auch an die Hotz-Kommentaries, wo auch zum Beispiel manchmal einer lief, da spielt dann ein Bot mit, ne, gucken wir uns trotzdem an, oh, die wissen, dass ich das bin, der hier die Flagge holt, ne, oh, die Katze auch wieder, nö, 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 Freunde, so haben wir nicht gewettet, ii, so haben wir nicht gewettet, ihr Reuligen, Alter, oh, nee, 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 hier, Erdwindung, bam, wegspringen, zack, komm, Sturmehüter, oh, der kommt direkt hinterher, komm, Sturmehüter muss durchkommen, jawohl, zack, der hat Überlebensinstinkte an, das ist nicht cool, das ist gar nicht cool, die sind aus jetzt, jawohl, weg, Erdschock, bam, Digga, uuuh, Schamane, ha, 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 Schamane, ja, da ist er, Freunde, ihr müsst mich hochheilen gegen diese miesen Katzenlots, ich finde das sehr schön, dass ihr hier, äh, wartet und so, aber ich muss mich ein bisschen heilen, weil wenn der miese Schork jetzt da rausspringt und uns natzt, ne, das wäre, ich sag mal, minder geil, ja, das ist so ein bisschen das Problem bei sowas, das wäre halt einfach minder geil, aber schön ja auch, der Support, das sind nicht meine fünfklassigen Charmy-Plays, das ist einfach auch der Support, ne, wobei, Erdstoß, äh, Erdbindungstotem, into, wegspringen und Artefakt für spontane Zauber, fand ich schon ein nicer Move, oder, liebe Charmy-Mains, da muss man jetzt sagen, komm, ist zwar basic, aber der Boy, der weiß zumindest grundlegend, was man macht, oder, das ist doch was Tolles, so, ich heile nochmal, willst du die Flagge diesmal nehmen, ne, eigentlich will ich wieder, Alter, eigentlich, ja, ja, lass mich nehmen, lass mich nehmen, ich will auch das 3 zu 0, lass es mich nehmen, ja, nimm mich, nimm, nimm mich, nimm, ja, so rum, so wird ein Schuh draus, war vielleicht nicht die beste Idee, das Feuerelemente rauszulassen, aber, naja, ab und zu, oder muss das sein, Freunde, Hosenstall auf und lulululu, ne, man kennt das ja wunderbar, erinnert mich aber an die Geschichte, ähm, wo wir in einer Bar, in einer gemieteten Bar feiern waren, zu irgendeinem Geburtstag und dann kam ein Kumpel von dem Kumpel an, der da gefeiert hat, man kannte ihn nicht, er hatte schon die Hose offen, hatte schon halb seinen Schwanz in der Hand, ne, den Schweneck am Stizzle, wie man auf gut Deutsch sagt, fragte, wo die Toiletten sind und als wir ihm die Tür gezeigt haben, ne, war so knapp hinter ihm, hat er schon angefangen an die Bar zu pissen und ist dann pissend einfach in die Toiletten gegangen, war schön, war für uns das Zeichen dann doch den Abend woanders zu verbringen, letztendlich, aber, äh, auch so kann's gehen, hallo, warte mal, was bist du jetzt hier, hör mal mit deiner, mit deinem Klingengedöns hier, ach Jung, das muss doch auch nicht sein, weißt du, das muss doch aber auch nicht sein, hör mal jetzt hier, also, wirklich, hör mal, hör mal, das ist doch keine Art und Weise, baa, ha, 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 schön, es tut ja auch gut, es tut mir genauso leid, wie es gut tut, aber ihr seht, es ist ein 10 gegen 10 BG, deswegen ist ja alles ausgeglichen und normal, so, da haben wir einen Shadow, da haben wir eine Menge böse, böse Buben, aber die ignorieren uns bestimmt, wie immer, ne, den sind wir doch scheißegal im Endeffekt, hallo, Mojen, i bims, die Flagge, ne, verpiss dich direkt mal, nein, nicht die Katze, nein, nicht die Katze und der Heiler ist nicht da, ne, oh, die gibt alles, oh ne, die gibt grad alles, das ist gar nicht cool, man, ich versuche mich mal hier so ein bisschen rüberzuschießen, Artefakt, komm schon, Blitzi, 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 oh, der hat Überlebensinstinkte an, den krieg ich nicht, den krieg ich noch nicht, jetzt, 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 jetzt kann's reichen, ja, Lava Option, baa, okay, weg, 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 die Nächsten, die Nächsten, komm, ihr Stuntotem, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Wolfie, do it, ja, wunderschön, ach, ist das schön, tut das gut hier, Junge, tut das gut hier, ja, das war schon, das war jetzt wieder asozial, ne, tut das gut hier, wie wir sie in Überzahl weggesmackt haben, aber ich fand, die Plays so insgesamt schön, oder, hier ist es wirklich gefreut, toll, Freunde, so gewinnt man bei der Allianz auch mal, so gewinnt man bei der Allianz auch mal, andersrum, man kann auch in Unterzei gewinnen, davon abgesehen, ja, gut, war nicht so schön, von, von der Aufstellung her, aber ich fand's an sich war, trotzdem, wir hatten unsere One-on-Ones, ja, wir hatten unsere One-on-Trenties und so ein Kram, also, fand war an sich solides Ehle-BG, oder, setz it vorne, ich hoffe, ihr habt ausgeglichene Runden, ja, egal auf welcher Seite, es geht ja ja auch um Fairness, ne, um nicht nur um Wins und Loot, oder, wo kommen wir denn hin, wenn's da rum gehen würde, oder, dann würde man aktuell ja nur in Antoros-Gruppen reinkommen, wenn man den Killer-Erfolg schon hat, wo wären wir da denn, oder nur mit hohem Mystic-Plus-Score in Mystic-Plus reinkommen, ne, Freunde, das, das ist, glaube ich, etwas, was noch in weiter Zukunft liegt, oder, und bei so weh, wir hatten Holzi-Holz von Egwin im Team, da wär ich sowieso als Hordler auch rausgegangen, ne, bis dahin, Freunde, haut rein, tschau's!